Die MTU Aero Engines betreibt eine von drei Montagelinien weltweit. Hier wird der Antrieb für die neueste Generation des Airbus-Flugzeuges A320neo gebaut. Das System ist eine eigene Entwicklung der MTU. Und genau das war erforderlich, da die meisten Triebwechsmontagen hier weltweit mit deckengeführten Systemen arbeiten. Und was dieses System heute so smart macht, das schauen wir uns jetzt an. Was ist hier gerade passiert? Wir haben hier gerade den Diffuser und den Wohltrogverdichter zusammengefügt. Und was ist das Besondere daran? Das Besondere an dem System ist das induktive Heizen. Es handelt sich hier um ein komplett systemseitig gesteuertes Heizen. Es ermöglicht ein punktgenaues Heizen, das eine 60-prozentige verkürzende Abkühlzeit ermöglicht. Und dadurch sind wir sehr effizient. Also ganz schön schnelles Neuhautsystem. Das sieht ja spannend aus, irgendwie ferngesteuert. Ja, das stimmt. Wir können mit unseren Montagewägen einzeln oder im Verbund in jede Ecke der Halle fahren. Der Vorteil gegenüber dem Hallenkran ist zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Takt überspringen müssen. Das heißt, wir können vom Takt 5 in den Takt 7 fahren, ohne Probleme. Der Schrauber sieht ja sehr nach Hightech aus. Richtig. Bei der Luftfahrt steht Sicherheit immer an erster Stelle. Und mit dieser digitalen Verschraubung am Bauteil wird der Mechaniker und der Mitarbeiter immer zum nächsten Schritt geführt. Und somit folgt immer ein Schritt nach dem anderen. Also ein sehr automatisierter Verschraubungsprozess. Richtig. Mensch, das sieht ja ziemlich ergonomisch aus, wie ihr hier arbeitet. Ja, stimmt. Das System lässt sich von 900 Millimetern bis 1500 Millimetern in der Höhe verstellen. Und ist ja auch in jeder Höhe um 360 Grad drehbar. Somit können wir in bester ergonomischer Lage arbeiten. Das ist ja nicht mal rückenschonend. Hi. Hi. Welche Aufgabe übernimmt denn das Tablet? Ich habe hier das CAD-Modell und so kann ich effizient und vor allem papierlos überprüfen, ob alles den geforderten Konfigurationen entspricht und ob auch alles so ist, wie es sein soll. So, das Triebwerk ist jetzt fertig und auf dem Weg zum Prüfstand und später zur Airbus. Und ich habe verstanden, was dieses Serienmontagesystem so besonders und vor allem smart macht. Schnell, mobil, automatisiert, rückenschonend und Tablet gesteuert. Musik 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 companiere Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017